Jährlich wird das Qualitätssystem und die gute Herstellpraxis, auch GMP genannt, bei Orthomol durch ein externes TÜV-Audit überprüft. Orthomol war übrigens das erste Unternehmen in seinem Segment, das sich dieser strengen Norm freiwillig unterzogen hat. Die so produzierten Mikronährstoffkombinationen werden in großen Chargen als sogenannte Balkware bei Orthomol angeliefert. Die Big Bags mit den Granulaten wiegen beispielsweise 600 Kilogramm. Mehrmals täglich liefern LKW diese Großgebinde an, aber natürlich auch leere Trinkfläschchen oder Kartonagen und Beipackzettel. Eben alles, was zum Orthomolprodukt gehört. Jede Lieferung und jedes einzelne Gebinde erhält eine eigene interne Chargennummer. So kann nachvollzogen werden, wo, wie viel, wovon im Lager steht. Als nächstes erfolgt die Wareneingangskontrolle durch das Qualitätsmanagement. Hierfür werden von den Großgebinden Prüfmuster unter hochreinen Bedingungen gezogen, und zwar in der sogenannten Laminar-Flowbox. Hier sorgt ein von oben kommender Zustrom von Reinstluft dafür, dass keine Verunreinigungen von außen eingetragen werden können. Bis das Analyseergebnis vorliegt, wird die Ware im Hochregallager zwischengelagert. Im Labor des Qualitätsmanagements werden die gezogenen Proben intensiv geprüft. Unsere Kapseln beispielsweise werden einer genauen mikroskopischen und makroskopischen Kontrolle unterzogen. Es werden die Kapselhärte, ihre Form oder auch Elastizität untersucht. Das Füllgut wird nicht nur extern mikrobiologisch analysiert, sondern auch pH-Wert, Viskosität oder Dichte werden gemessen. Die einzelnen Rohstoffe der Orthomolprodukte werden mit Hilfe der Infrarotspektroskopie untersucht. Nur wenn sich ihre hohe Reinheit bestätigt, kommen sie als Baustein unserer Produkte in Frage. Auch unsere Verpackungen oder Beipackzettel werden mit modernsten Techniken auf einwandfreie Qualität geprüft, bevor sie für die Produktion freigegeben werden. Erst nach Abschluss aller Prüfungen gibt es das OK vom Qualitätsmanagement. Zusammen mit den Inprozesskontrollen während der Produktion werden jedes Jahr über 2,5 Millionen Qualitätskontrollen bei Orthomol durchgeführt.